Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit dem 3er Team, also mir Fokker und Giddy Ey mir hat jemand Class geklaut, okay muss ich von hinten anfangen Aua äh der hält das vor die Fresse und die sagt da ist nix Spoiler ist kein Outlast 2 du zogst so dein scheiß Kanal so wie so, lass es sein ich hab nur was über eine Person gesagt ja ich spoilert du wissen noch nicht was ich spoiler ja dann verrät die oder was ja dann verrät die oder was was denn 3 das ist wie, als würde ich über irgendwas erzählen, als würde ich über irgendwas erzählen da stirbt jemand du spoilerst dein Mutter stirbt was? Spoiler alles gut wir werden erst wissen zu was gespoilert wurde wenn es zu spät ist es ist 1.40 Uhr und die Gespräche waren wieder absolut sinnvoll sinnvoll kann warum dann perfekte Zeit verdicken, die werden absolut sinnvoll Niveau hält sich da dieses Video sowieso es ist ein sehr spielhochleiter, also denke ich mal also nicht innerhalb von einer Woche, denke ich mal, weil wir so viele haben haben noch so viele, ja ne es ist 1.40 Uhr, Sonntag, den 30. April haben wir 2017, nur so gesagt nebenbei 10 Sekunden die haben sie aus 11 fünf Sekunden Lass mal was probieren äh Kenny, du hast dochUST den Momentanhandel ne? Hör was, ja! ich hab den scherben, du hast spontan Nin, lass mal von reingehen, du machst Schild stell mich vor. Stemm, stell ich da in der Umplänte die gibt in Deckung ich war gerade beschäftigt ich habe mir schon wieder dieses berüchtigte Video weiter angeguckt um zu wissen wie das Spiel endet, von dem niemand weiß was es ist was soll ich machen, ich soll mein Schild entstellen und lenken und er ist weg und er verletzt ja ich bin da schon da soll ich mal gucken, hallo, guten Tag E-Board, da ist ein Schild ich mach mal auf, ja also also wollte ich jetzt mal geplanten oder so oh Junge ich stell am besten jetzt um die Ecke und ich stell mich genau davor so, ja warte, ich mach mal Fenster auf, ne äh ja, Mira kommt wahrscheinlich in die Ecke gekommen ich stell's doch gerade stehen ich hab' oft gemacht das genau vor mir das ist auch recht gut gemacht, hast du? ne, hier genau vor mir, genau vor mir er will uns zu gasen, ist tot und alle tot gut gemacht, die die das ist so richtig geile Taktik bei Bombe, ohne Witz das kannst du bei jedem anderen Modus machen die müssen blenden oh, die Waffen von Twitch könntest du aber rein Twitch auch bei jedem anderen Modus machen dass du irgendjemanden da vorstellt du könntest bei Bereich sichern jemand vor die Tür stellen und du könntest auch bei Geisel, äh, jemand ja, hol die Geisel raus und der andere hält den mit dem Schild auf ja, aber Bombe ist halt offener, weißt du dass du bei dir ja zwitspits stecken musst die Waffe von Twitch ist immer noch so der shit, Junge ich drück damit grad nur Headshots, Alter instant sind die verreckt, Junge ja, vor uns dein Headshot, ey, seh häää das war grad wieder ich geh erstmal guck aus dem guck, wo der Jäger langläuft der läuft wahrscheinlich nicht die Treppe sofort, wenn der da langläuft drück ich einmal ab sofort Headshot left jetzt dann dieser ja, Rook der da hinten in der Ecke steht ich seh den einmal kurz drück einmal kurz ab so ein, zwei Schüssel kommen da ich hab ein Team direkt kaputt gemacht das ist so belastend, alter für die, also so eine warte warte, warte, ich mach ja Fenster dran und wenn die was dran machen, siehst das ja, weißt du die hat nicht kaputt ich würde gern doch so eine Maschine kannst du es ja abmachen du kannst abmachen wenn sie da was dran machen das Elektro-Draht würde es kaputt machen nee, du kannst es ja abmachen den Draht und wenn da jemand blendet, machst du es einfach dran also siehst du durch das Fenster, ob jemand kommt oder nicht durch meine Reckner wo die Kamera jetzt liegt ob die Kamera kaputt geht, wenn sie so weit runterfliegt das ein Witz wenn du eine Wand zählst und eine Kamera dran war ach so, als ob die raushausten, die kaputt geht ja denn noch siehst du mich und jetzt nicht mehr denn noch siehst du mich und jetzt nicht mehr ja, die sind dort da liegt einer nicht aufmachen, Hockis ist das stimmt, was du machen kannst sollten wir mal ein bisschen konzentrieren das ist ernsthaft, das stimmt, was man machen kann man wird dem Gegner vorbei gerannt das heißt, können wir vorbei gerannt, hat nix gehört das ist immer dran vorbeigelaufen also ein bisschen schnappt jetzt Angst, ne ich bin hier unten wo ist die scheiß Drohne? also ich hab nix live die Drohne ist irgendwo drin alle die Drohne nervt, ne wo ist die? wo ist die? hapster ach die sind wohl dort? ja 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 lass reinkommen, der spammt mit dem dmr, hast du doch oh, ich hab grad aufs video geguckt ja, ich wurde grad weggeknallt diesen Treppe, äh, genau da das ist ja nur noch ein Gegner also wenn er nix schluckt ne, das war doch ich will sehen, ob ich über seinen Kopf geschossen hab 100% da sind sie, fucker, zwei einer der letzte ist einfach da ich muss mit dem Vizier wieder klarkommen, ich hab ja vorher das holodruck gehabt du hast ne dumme Frage, ne, warum hab ich hier wenigstens Punkte? keine Ahnung ich muss mit dem Vizier wieder klarkommen ich muss überhaupt mit den Charaktern, die ich heute spiel, klarkommen so, jetzt wollen wir nochmal Montanje naja Montanje ist für dieses Match mein Charakter ich überleg auf, ob ich jetzt einen anderen Operator nehme die Waffe ein bisschen präziser ist als die von Buck, weil die Waffe ein bisschen präziser ist als die von Buck von Buck hat auch nicht Rückstoß und da war es üblich schwer, die durch das Fenster zu treffen finde ich das Ding ohne mich, oder mit mir? ich glaube, ich finde das ohne mich ok, weil ich glaube, ich habe gerade das Video äh, James Sorte, wie vorhin sind sie sich nicht, entweder oben rum und ich glaube unten ich glaube unten ich glaube unten siehst du, oh, ich habe sie gefunden ich bin ein Held ich bin ein Held nenn mich Gott nicht ja da drauf mit meiner Drohne zu markieren Mann, ich soll leben wir können nicht auf deine Drohne wir können nicht auf deine Drohne schalten, Gigi ja stimmt, wir können auf deine Drohne schalten Unmöglich Entschärfer wurde zurückgeholt Rück zur Bombe vor und entschärft sie Äh Jungs Nicht so schnell Ich hab noch richtige Dinge zu erledigen Ja, ciao Hä? Komm, ciao Jetzt sind die Kelly Family Erich vor uns Das ist das Joey Family Kannst du den Mew-Trip wegmachen an der Garage? Hm, bin dabei Weil du mich weintest Ja, naja wen sonst Ich seh noch nicht Doch da also Hast du ihn? Ja, er kann obfusen jetzt Na geh da hast du da und Jamed Das ist noch jamed Der Witzer Ja Also Alles klar Alles klar Wir sind drei Views hat uns erschossen Es geht los Ich denk mich, ich hab wirklich erschossen Ich denk mich, ich hab wirklich erschossen Ich hab schon noch meinen Teil meines Südlösen Hm, da sind die Die stehen hinter diesen Scheiß Fässern Oder einer zumindest BTF, was ist das für ein Dichster, Mann? Er kam gepusht Er hat jetzt die Hex angeschmissen Die Fässer sind absolut behindert, Alter Er schießt mich doch die Fässer ab Und dann Free Fire Drückt mir doch Blindfeuer, Instant Headshot, Alter Ohne Witz, Alter Ey komm, ich gewinn das wenigst Ne, ne, komm, du dir jetzt noch Was dummes, Junge Warum verreck ich so behindert, Alter Ich hätt die Garage sogar aufmachen können Er guckt, wirst du, er guckt einmal kurz raus Blindfeuer, geht weiter weg Und mit Blindfeuer trifft dann natürlich Instant Headshot, Alter Was ist so Was ist so Ey, was geht über dem? Ah, der ist Ach, der geht entschärfer Da wacke ist Entschärfer ist jetzt gesichert Weil er so nicht hört Ich ping ihn sogar extra Oh, Junge Weil er das nicht hört, gucke Weil er das so nicht hört Ja, passiert Ich bin mal nachvollziehbar Ich bin so ein alter Und ich geh dich verpissen Wir waren doch gerade Ich bin da Erstmal zu viel Ich bin da erschossen Das ist Na ja, scheiß Warum die nicht spielen wir nicht Wenn die nicht spielen wir nicht Dein Team dich verreden Die auch nicht abschießt Du kannst dein Team vergessen Ja, ey, zu mal ein Jahr wenn man kann schießt muss ich mit dem muss so reden können bei der Santeine muss meistens still stehen bleiben oder halt die sagen die in die Sinten können sie nicht mit ihm reden Prozent nur als Kuhmann wieder bei dem Judenbosch da gehen mir allerdings an ich war ein bisschen Stacheldraht denn warum weiß ich nicht ich lege hier jetzt Dingsen beendet dass wir an das nicht dran Doppelzelt besser okay ich hatte diese Waffe ne ich bin die Schaffe so nicht aber ich bin ja nicht so mega prickelnd muss ich sagen hat er noch ne Wand? eine Wand? wie meint? ja einen Abschluss ich bin die ganz rechts ganz rechts ich hab sogar 2 ne die Linke nicht das wird wieder eine Mira-Takt durchsetzt ja ich bin mal weg ich war drauf gegen die seine Sender guck mal weiter das Video und die sah man was passiert keine Idee die wissen dass wir hier sind ok wir sehen uns ich mach irgendwas auf mann ich hatte gerade eben das Video laufen das wird das wird das wird das wird das wird das wird oder andere Seite vorbei ja Ferte ja ja das ist wenns geht bis zu kommt die von garage aus da kommt doch ja noch gar das ist offen da mal ich bin so gut wie tut mann alter die frost geht nur auf den sack wie sie ist und wo dann einander und draußen jules schlicht die frost macht jetzt meine taktik das geht mir so im sack ich mache Pause ne Jungs es geht mir nicht mehr so gut gut gemacht geht ihr das war's mit der Folge Rainbows Exige ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal und tschüss 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 tschüss